St. Agatha Bolognese. Heimat einer Legende. Es ist nur ein Dorf im Norden Italiens. Aber es ist die Heimat der rasenden Kampfstiere. Lamborghini. Synonym für Supersportwagen. Der Moissier Lago LP640 ist der stärkste und schnellste Lamborghini aller Zeiten. 640 PS, Höchstgeschwindigkeit 340. Wie alle Lambos ist auch der Moissier Lago nach einem legendären Kampfstier benannt. Auf einer abgesperrten Landebahn wollen wir das Tier mal reizen. So, das erste Mal im Lamborghini Moissier Lago. Hände sind zittrig. 640 PS unterm Arsch. Mäusekino mit 400 Lampen geht an. Sport, Traktionskontrolle aus. Erster Gang und dann, um den Jumpstart zu machen, direkt von der Bremse aufs Gas. Und das machen wir jetzt mal. Alter Schwede. Der Zwiftzylinder katapultiert ihn auf 100 in nur 3,4 Sekunden. Ungefähr so lang braucht man, um den vollständigen Namen auszusprechen. Lamborghini Moissier Lago LP640. Man kann das echt nicht in Worte fassen, wie dieses Auto abgeht. Das geht einfach nicht. Driften ist möglich, aber nur bei ausgeschalteter Traktionskontrolle. Lamborghini gehört seit 1998 zu Audi. Die sind bekannt für ausgereifte Quattrotechnik. 70% der Kraft geht an die Hinterräder. Das Handling ist in engen Ecken relativ untersteuernd hier, wenn man langsam fährt. Aber es ändert sich sofort in Übersteuern, wenn man nur leicht aufs Gaspedal tritt. Und das ist wirklich sehr genial, weil man kann das Auto schön auf dem Gasfuß aus der Ecke raus zaubern. 6,5 Liter Hubraum, 12 Zylinder und 640 PS. Der Motor ist ein Kunstwerk. Viele Supersportwagen brauchen für ihre Maximalleistung Turbo- oder Kompressoraufladung. Der Motor des Murcielago nicht. Ihn treibt ein konventioneller, aber hochentwickelter Saugmotor, der alle europäischen Abgasnormen erfüllt. Danke lieber Gott für diesen Job. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe, dass ich das alles machen darf. Auf Wunsch das automatisierte Schaltgetriebe mit Formel-1-Wippen am Lenkrad. Und dieses Unterschalten. Halt! Unter Vollgas kann man förmlich sehen, wie sich die Reifen auflösen. Aber der Lamborghini kann überraschenderweise auch langsam fahren. Italiener, die nur auf Landstraßen fahren, die brauchen eigentlich nur den ersten Gang, weil der erste Gang geht bis 110. Und auf italienischen Landstraßen darf man ja nur 90 fahren. Also kann man eigentlich den ganzen Tag den ersten Gang rumfahren in Italien. Aber es gibt ja noch fünf weitere Gänge. Im zweiten geht es bis 7500 Touren brutal vorwärts. Mit brüllendem V12-Motor. Das Konzert eines italienischen Superstars. Jetzt bitte den Fernseher laut drehen. Der Motor ist eine absolute Wucht. Das ist eine Macht, die da hinten im Rücken hockt. Und das Ding haut dir die Faust hinten in den Nacken und das alles zu spät ist. Bei den Gangwechseln wirst du richtig mit so einer Kraft gegen den Sitz gedrückt. Das macht nicht so einen leichten Ruck, sondern es gibt richtig harte Schläge. Und das ist natürlich unglaublich, weil sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Also so einem Auto sollte man sich unbedingt mit einem gewissen Respekt nähern, weil es einfach ein Geschoss ist, was man nicht so einfach kontrollieren kann. Man kann zwar gemütlich durch die Gegend gondeln damit, aber wenn man eben die Leistung ausnutzt, dann kann es schnell gefährlich werden und das sollte man schon kontrollieren können. Deswegen, also ich hatte auch, als ich eingestiegen bin, wirklich zittrige Hände. Und das ist schon was ganz Besonderes. Der Mosier Lago erinnert mit seinem kantigen Design an einen Tarnkappenbomber und interpretiert damit die Formensprache seiner berühmten Vorgänger. Den Diabolo, den Countage, den Miura. Die Karosserie ist komplett aus Kohlefaser gefertigt, in Handarbeit. Ein Golf entsteht am Fließband in ein paar Stunden. Der Mosier Lago in acht bis zehn Tagen. Die Lüfterkästen fahren bei Bedarf oder per Knopfdruck aus der Karosserie. Gegen Aufpreis von 11.600 Euro gibt es eine Keramikbremse. Das sollte man investieren. Ohne kostet dieses Auto eine Viertelmillion Euro. Dafür gibt es mindestens zehn Golf. Und so werden ihn die meisten Verkehrsteilnehmer auf der Straße zu sehen bekommen. Von hinten. Die Lamborghini-Ingenieure haben einen Auspuff entwickelt, der für den perfekten Sound sorgt. Und hier ist die Gewalt zu Hause. Männerträume, nicht nur für Italiener. Ein Aluminium-V12. Der Sound unfassbar, schön, verschwenderisch. Wenn man das erste Mal in das Auto einsteigt, hat man nur Ehrfurcht. Weil alles, was in diesem Auto ist, ist besonders. Und man muss sich erst mal orientieren, wo alles ist. Es ist nämlich auch alles ein bisschen anders als in normalen Autos. Und da ist man erst mal von erschlagen. Im Inneren handvernähtes Leder, Carbon und Aluminium. Die Farben der Nähte des Leders sind frei wählbar. Denn der Morsier Lago wird nur auf Bestellung und speziell nach Kundenwunsch gebaut. Nach Eingang des Kaufpreises, versteht sich. Handarbeit war nicht immer Garantie für erstklassige Qualität. Besonders nicht bei italienischen Sportwagen. Doch bei diesem Lamborghini ist alles perfekt. Der Morsier Lago in Zahlen. Er hat 640 PS, geht unglaubliche 340 km pro Stunde, benötigt nur 3,4 Sekunden auf 100 und kostet Schnäppchen-Verdächtige 250.000 Euro. Wir fassen zusammen. Er ist totschick, fürchterlich schnell und perfekt verarbeitet. Aber kann man mit diesem Auto auch problemlos einfach so durch die Stadt rollen? Grip macht den Test. Im Zentrum des Heimatdorfes, St. Agatha Bolognese. 6000 Einwohner, 700 davon arbeiten bei Lamborghini. Also mit dem Morsier Lago durch die Innenstadt zu fahren, das ist echt pervers. Grenzt an ein kleines Kunststück, weil das Auto dermaßen unübersichtlich ist. Also da vorne die Motorhaube sehe ich überhaupt gar nicht. Selbst wenn ich mich hier vorne so hoch wücke, man sieht die Motorhaube einfach nicht. Und man setzt permanent auf, auch mal nur so kleine Hügelchen. Bis 80 Stundenkilometer kann man das Auto vorne per Knopfdruck um einige Zentimeter hochfahren. Das verhindert Schlimmeres. So, jetzt werden wir mal einparken. Der Rückwärtsgang ist hier hinten links. Da hinten sieht man mal gar nichts, weil da rechts sieht man nur Motor und Seitendings hier auch nicht. Also Züge auf, Lamborghini-Style und den Hintern auf den Schweller. Das muss man können. Um peinliche Auftritte vor Publikum zu vermeiden, der Tipp, zu Hause üben. Das Ende der unübersichtlichen Karosserie ist selbst in dieser Position nur zu erahnen. Gegen Aufpreis gibt es eine Kamera im Heck. Normalerweise kann ich eigentlich ganz gut einen parken, nur mit diesem riesen Koffer hier ist das richtig schwierig. Der ist so übersichtlich wie ein Schwertransporter. Also entweder bräuchte man hier eigentlich einen Parkanweiser oder eine Parklöcke, in die man einfach vorwärts reinfährt. Kaum ein Auto hat so viel Kraft, ist so gelungen aggressiv designt und ist derartig gut verarbeitet. Preis, Alltagstauglichkeit und der hohe Spritverbrauch sind klare Minuspunkte. Aber das sind keine Maßstäbe. Ein Lamborghini hat sowieso keine Maßstäbe, nur sich selbst.